Wobei hier unten muss ich natürlich zumachen, ne? Kann ich hier schon was? Nein, ich kann auch nicht interagieren damit. Die brauchen noch ein bisschen. Komm, wir craften die mal. Aus welchem Grund auch immer die jetzt mit Wasser gefüllt ist. Aber sie ist mit Wasser gefüllt. Kann ich die jetzt verwenden? Ja. So, hab ich auch ne Gießkanne. Ihr könnt wachsen und gedeihen. So, können wir dann irgendwas anders craften? Einen Anvil können wir uns craften. Was haben wir? Spinning Wheel. Kann wir use to produce materials and objects needed to build entitlement? Komm, craften wir uns das. Setzen wir uns unten auch noch hin. Und was soll da geizen? Anvil auch, komm. Warten wir uns kurz. Wir können... Verdammt, ich hab auch Kupfer. Kupfer, um die Flagge zu setzen. Das wäre eigentlich nicht so schlecht. Machen wir das nochmal. Papier. Okay, cool. Aber das ist nicht so richtig notwendig. Hunting Spears könnte man noch machen. Habe ich nur 18 von. Wie sieht's denn mit meinem Essen jetzt eigentlich aus? Ah ja, okay. Raw und Cooked. Guck, nehme ich mal. Und die anderen muss ich noch... Ähm... Kochen. Und ich glaube, ich setze unser kleines Lagerfeuerchen einfach hier hin. Hier so. Ja, dann können wir hier immer noch uns was machen. Mochte Tomaten. Wunderbar. Haben wir uns erstmal ein bisschen mit Essen versorgt. Was ist denn, wenn wir uns hier unten noch irgendwo... Oh, Sternschnuppen. Geil. So ein... Ein zweites Beet setzen. Hier, das können wir sozusagen als unser Wasserloch sozusagen sehen. Könnten wir hier vielleicht sogar noch ein bisschen... Ausbauen. Das ist so ein bisschen tiefer, das dachte ich. Hm. Hm, auch da bist du. Geil. Kletter. Gleich wäre mir lieber. Muss man uns nur noch einfallen lassen über hier. Vielleicht den Weg doch noch unten noch weit erweitern. Das wäre so schräg hier schöner. Das könnten wir vielleicht noch mal ein bisschen machen. Schauen wir mal. Gehört haben wir tausend. Also das ist... Puhuhuhu. Das ist nicht das Problem. Wir stocken sozusagen... ...den Berg ein bisschen auf. Na, das sieht doch hier eigentlich schon ganz nett aus, oder? Wartet mal. Ich wollte ja folgendes machen. Torches... Fackeln habe ich ja gebaut. Gut, wartet, 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 wartet. Fackeln habe ich gebaut. 21 Fackeln. Wir machen hier uns das mal ein bisschen... ...gemütlicher. Das sieht doch schon ganz nett aus. Haben wir hier wenigstens oben ein bisschen Licht. ...zurecht. Timber... Oh Gott, 35 machen wir nicht. So. Da brauchen wir uns ein bisschen Holz zurecht. So, da haben wir 300. Über 320 gab es. Das machen wir jetzt hier erst mal zu. Und wir brauchen wir uns das hier. Ups. Hier hin. So ungefähr. Genauso. Learning to Swarm Cramp, okay. Okay, so macht man das. Diese Blaupausen, die habe ich jetzt mal verwendet. Okay, so macht man das. Okay. 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 So macht man das, was kann man das. So macht man das. Vielen Dank. Wenn man nur ein reich, was sieht besser aus? Ups, das war jetzt wieder zu viel. Verdammt. Ach. Ich glaube, man muss hier noch ein riesen Fenster rein. Machen wir auch gleich. Wir essen erstmal was. So, zack, ein bisschen Reis hinterher. Ja, Hühnchen mit Reis sozusagen. Sehr gut. Wo können wir... ...Mittenherstellen. Wir haben uns auch einiges noch hergestellt gehabt. Wir haben uns... ...genau. Ein Amboss und ein Woodenburg Bench haben wir uns gecraftet. So. O-Etage 2. Dann müssten wir jetzt in die nächste Etage beginnen. Sehe ich das richtig? Ja, und dann machen wir das doch einfach mal. Okay. Wie gesagt, wir bauen das dann auch alles ein bisschen aus. Später verkleiden das hier alles mit Holz auch, gegebenenfalls. Schon wieder relativ... Aber auf der anderen Seite auch schon wieder alles großzügig, was ich hier mache. Ich könnte die auch alle hintereinander setzen, würde alles funktionieren. Aber... Wir haben ja die... ...Zeit und... ...dann machen wir das so. Müsste sowieso nochmal mal prüfen, ob das ganz symmetrisch ist. Das ist es nämlich nicht. Das sehe ich jetzt hier schon. Meiner aber auch mit den Höhen. Das kann schon sein, dass es nämlich nicht ganz so ist. Ja, schön. Komm, bauen wir hier ab. Eisen, sehr schön. So, machen wir das hier wieder. So, das hier zack, zack, zack. So, machen wir hier wieder unsere Holzplattform sozusagen. Zwei. Zwei. Eins. Zwei. Abschloch. Eins. Zwei. So, wunderbar. Und schon haben wir... Hier hätte man eigentlich auch nur eine Reihe machen können. Höre, sind die darunter nochmal dann Erde, ne? Dann sieht das gleichmäßiger aus. na gut kann man immer noch machen ja das irgendwie wäre wahrscheinlich schöner hätte gereicht, ja na gut, massiveres massiverer Boden vom Haus kann man auch so lassen ist jetzt nicht ganz so schlimm aber da muss ich eben aufpassen so, dann lasst uns mal gucken so die Werkbank mal vorbeilaufen genau so sieht's aus dann gucken wir doch mal was wir hier machen können Werkbank Türen können wir bauen, sehr schön Gate und wir können Zäune bauen sehr geil ja 16 Türen brauche ich nicht ich brauche eigentlich nur aktuell brauche ich nur eine können wir davon bauen 23 Zäune ja not really secure brauchen wir auch nicht damit könnte man zum Beispiel um den Keller zu machen dann muss man das öffnen bevor man runter kann die Überlegung wert machen wir erstmal noch 10 10 Zäune ein unusuales Bett mit Sides es ist made of roots and leaves bedding können wir uns bauen dann haben wir wenigstens ein Bett Swamp Bett dann könnten wir uns ein Wooden Bett bauen das könnten wir verkaufen ne kostet 140 wir bringen uns 140 Pixel ein könnte man auch verkaufen und uns hier einfach ein ganz normales Wooden Bett bauen schwere Entscheidung ach komm das habe ich hier gefunden das brauche ich mir jetzt nütze ich das einfach auch man könnte natürlich immer weil wenn wir runter crouchen man muss immer beide Tasten loslassen weil sonst fällt man warte ich zeige es mal kurz so runter wenn man eben zum Beispiel eine Taste von den S oder Space gedrückt hätte dann fällt man so runter man könnte hier jeweils die Zwischenetagen mit so einem Gate versehen ist man da sicherer so jetzt bauen wir hier erstmal unsere Holztür ein die wir jetzt haben so äh die müsste es doch sein ne genau ok ich muss ein bisschen was wegnehmen alles klar so jetzt müsste es funktionieren hoffe ich jetzt haben wir hier eine Tür jetzt haben wir hier eine Tür können wir hier schon was ehren ja können wir können wir Wolle ist Wolle schon aufnehmen wunderbar Reis können wir uns anbauen Tomaten Kartoffeln äh jetzt nicht besonders geschickt von mir gemacht ähm ich hab schon wieder nicht mehr so viel zum Essen es ist ein Trauerspiel also warte mal warte 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 wir umzäunen unseren wunderbaren kleinen Garten hier erst einmal nein 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 oh Gott was wollte ich gemacht bei mir nein verdammt 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 das wollte ich nicht Eis als das bin dran verdammt verdammt Ah, ich weiß nicht. Skates gebaut. Ich wollte eigentlich nicht. Na gut. Dann machen wir erstmal oben hier unser Bett hin. Ah, hier stöße ich mir ja den Kopf, wa? Na, warte, das ändern wir. Nein, 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 so nicht. Na ja, und wie gefällt mir die Dachkonstruktion auch nicht so ganz? Aber gut, wir haben jetzt erstmal ein Bett. Glas habe ich noch nicht, ich weiß, aber ich würde jetzt erstmal hier... Fenster haben. Also hier oben bräuchte ich noch eine Tür, richtig. Gut, okay. Aua. Das ist nicht gut. Machen wir mal zwei Hunting Spears, wenn wir schon dabei sind. Da können wir uns noch nix machen. Rote Fabrics können wir machen. Strengs können wir machen. Okay, müssen wir mal kurz gucken. Ein Basic Shield könnten wir uns machen. Wir könnten uns auch ein Einhandschwert machen, tatsächlich. Okay. Iron Bar habe ich vier, Timber, 20, 9 Strings, ja, puh. Weißt du was, ich mach das mal. Ich baue mir das mal. Okay. Ein Zaun kann ich nicht machen. Als Küste, da könnten wir uns was machen. Das ist auch gut. Simple Roofing for Cabin. Oh, cool. Da kann man das Dach besser machen. Sehr, sehr gut. Und ein Chair. Wooden Support. Wooden Table. Können wir uns auch basteln. Alles klar. Ich muss jetzt mal was essen. Also das ist der Sound, ne? Dieser Sound. Dann haben wir das Problem schon wieder, dass wir wieder jagen müssten. Dschüssig. Untertitelung des ZDF, 2020